Hallo, heute ein kurzes Review über den Albaher Honigmelonen-Tabak. Mein Kumpel Martin ist da hinten schon mit den Kohlen. Hat er gerade angemacht, wie tut er jetzt auf den Kopf? Ja, was kann man sagen? Honigmelone. Ich zeige mal die OVP. Hier, wenn man es jetzt sehen kann. Ja, Albaher, Deutscher Tabak, haben wir nachgefeuchtet mit 4 Esslöffeln SK Molasse. Ja, Funkel, Funkel. Kohlen sind jetzt auch fast zu weit drauf. Noch mal einen kurzen Riechtest. Ja, Riecht Melonik. Einen Tick nach Essig, weil ich ihn jetzt nicht so toll finde. Aber ich habe ihn noch nicht geraucht, also man wird es nachher sehen. So, zum Schnitt kommen wir mal. Ja, Albaher, ein paar Esslöffeln waren da drin, die haben wir entfernt. Ja. Kennt ja jeder den Albaher Schnitt. Und jetzt gleich können wir auch anrauchen. So. 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 Ja, jetzt kommt so langsam schon der Geschmack raus, also die Melone schmeckt man erstaunlich gut durch. Ja, mit den Bauentwicklungen, das machen wir ja sowieso immer, erst nach einer halben Stunde. Ich muss sagen, es schmeckt wirklich richtig fruchtig, so richtig eigentlich für den Sommer. Ja, schön nach Honig und schön fruchtig. Und den Essig, den man rausgerochen hat, den schmeckt man gar nicht. Respekt. Ja, auch wenn wir den Lagen gefeuchtet haben, wie wir, dann ist die Aufentwicklung ja auch nicht so schlecht, aber da kommen wir jetzt nachher noch zu, wie gesagt. Für immer rauchen wir mit drei Kokubrikus. Zwei Lagen Arbefolie, untere wieder Grundlochung und obere ist wieder Atomlochung. Ja, und unsere Shisha haben ja voriges Mal schon gezeigt, wir laufen momentan auch mit der Aladdin Magier. Ja, Shisha gegen Ulrich Buschlauch und Nahmau-Obs. Die haben einen guten Durchdruck und ein Rippspülk ist schön lang. Richtig. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir kurz mal Stopp. Dann melden wir uns in einer halben Stunde wieder. Okay, wir melden uns jetzt hier zurück. Halbe Stunde wieder geraucht und kommen jetzt mal zur Rauchentwicklung. Die ist nicht schlecht, also ist eigentlich richtig von Elements, aber ist normal. Ja. Also nicht so gut mäßig, also ist recht passabel. Genau. Ja, wir haben hier in der Aktie gefeuchtet, also genau. Aber für Alba-Tabak ist die richtige Klasse, also kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal keinen guten Tabak da habt, also keinen Elements mehr oder was weiß ich, ausländischen Tabak. Da ist das schon eine gute Lösung. Ja. Was mich auch überzeugt ist, dass man es richtig hier wohl nicht ausschmeckt. Ja, das ist richtig gut, also ich hätte nicht gedacht, dass man so Millionen so richtig ausschmecken kann. Genau. Ja, wie gesagt, wie schmeckt der, also ich denke dir auch. Ja, kann man als Reserve nehmen, wenn man keinen besseren hat. Naja, feuchteren. Naja, feuchteren nicht. Wir haben den ja angefeuchtet, also ist kein Problem, wenn man den ja angefeuchtet ist das. Ja, und wäre es die Rauchentwicklung besser, es kratzt nicht. Viel Spaß beim Gucken unserer weiteren Videos und Kommentare sind da erlaubt, also ihr könnt auch gerne Verbesserungsvorschläge machen. Dann würde es nächstes Mal. Wirklich. Ich liebe euch.